moin schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem brettspielkanal heute mit dem letzten teil meiner top 30 spiele die ich in den letzten monaten gespielt habe speziell im ersten quartal 2022 ja und heute habe ich wieder zehn richtig geile spiele für euch ich bin gespannt wer macht das rennen also ich bin nicht gespannt aber ihr könnt gespannt sein wer macht das rennen wer ist auf der 1 wer ist auf der 2 wer ist auf der 3 aber jetzt fangen wir erstmal direkt mit dem platz 10 an auf der 10 ein spiel was ich tatsächlich wirklich auch nur einmal gespielt habe aber was ich bei der ein partie wirklich richtig geil und episch angefühlt hat und zwar geht es um die kolonisten die kolonisten ja es eigentlich ein spiel was schon ein bisschen ja was es schon ein bisschen länger gibt was schon ein bisschen älter ist und ich konnte jetzt aber im letzten halbjahr das spiel das erste mal spielen und mich hat es so dermaßen begeistert dass ich ja ich will es unbedingt noch mal spielen aber tatsächlich muss man einfach auch ein bisschen mehr zeit einplanen die kolonisten ja dort geht es darum dass wir ein dorf aufbauen und dass wir mit unserem worker verschiedene aktionen triggern und das coole an dem spiel ist dass wir ja tatsächlich unser aktionsbord gemeinsam aufbauen das heißt wir legen immer wieder neue aktionsplättchen in die mitte die uns dann erlauben bestimmte ja bestimmte sachen auszuführen und dann hat man so ein bisschen auch so eine ja wie bei wie bei die siedler vielleicht kennt ihr das auf dem auf dem computer oder vielleicht auch so wie ähnlich wie bei anno haben wir dann ja verschiedene stufen unserer unserer bevölkerung unserer stadt die wir dann irgendwie ausbauen können dann können ja bestimmte arbeiter können nur in bestimmten handwerksbetrieben arbeiten wir haben also die grundhandwerksbetriebe die dann irgendwie holz generieren und dann haben wir die höherwertigeren betriebe die dann diese rohstoffe verarbeiten und das ganze ist halt ziemlich episch außerdem gibt es noch so coole leisten auf denen man hochgehen kann das heißt man kann sich noch so verbesserungen holen insgesamt und es gibt auch noch verbesserungen durch karten und 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 also es gibt eine vielzahl an möglichkeiten bei diesem spiel und ja ich glaube auch man kann das in also man kann da verschiedene epochen spielen oder verschiedene epochen weglassen aber ich weiß nicht wie solche spiele finde ich sollte man dann irgendwie bis zum ende spielen um dann irgendwie auch alles entdecken zu können und ja richtig richtig geiles ding hat mir mega gut gefallen und deswegen ja habe ich mir gedacht das ding kommt auf jeden fall in die top ten und es hat jetzt gerade so den platz auf zehn geschafft die kolonisten auf der neuen ein dauerbrenner nicht nur letztes jahr sondern auch ja das erste halbjahr 2022 welcome to the moon ist bei mir in der top ten auf platz neun gelandet welcome to the moon ist einfach ein so geiles flip and right spiel was so krass wie abwechslung bringt weil es einfach extremst viele szenarien extremst viele verschiedene spiele mit sich bringt also wir haben natürlich immer diesen kleinen grundmechanismus von welcome to wo es so drei stapel gibt die wir nach und nach immer flippen und dann haben wir immer eine kombination aus symbol und zahl und dann müssen wir immer uns eine kombination aussuchen und diese bei uns auf dem board eintragen aber das coole ist bei welcome to the moon dass wir ja durch die acht verschiedenen spiele oder szenarien die da drin sind einfach auch immer ein unterschiedliches spielgefühl bekommen bei dem ein bauen wir eine kuppel um irgendwie unsere stadt zu schützen dann gibt es irgendwie ein szenario bei dem eine 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 pandemie ausbricht auf der station oder wir müssen erst mal unsere rakete beladen um überhaupt losfliegen zu können und dann sind die einzelnen spiel ja szenarien auch unterschiedlich kompliziert unterschiedlich komplex das erstes gut zum reinkommen um das alles zu verstehen und die nächsten sind dann einfach ja ein bisschen komplizierter ein bisschen komplexer und ja es gibt immer so ein bisschen man muss seine taktik immer so ein bisschen anpassen und außerdem bietet das spiel einfach auch einen ziemlich coolen kampagnen modus der nachdem die kampagne vorbei ist trotzdem noch mal sich lohnt weiter zu spielen wenn man noch mehr sachen entdecken kann also eine vielzahl von möglichkeiten in diesem spiel für mich ja würde ich sagen auf jeden fall eins der vielfältigsten und besten flip and right spiele die im moment noch so auf dem markt sind daher welcome to the moon mein platz 9 und auch platz 8 hält uns immer wieder an bord oder hält uns immer wieder am tisch weil es einfach eine so entspannte und leichte kampagne gibt und zwar geht es um cloud age cloud age ist einfach schon an sich ein ziemlich cooles spiel bei dem wir ja ein luftschiff steuern was wir nach und nach verbessern können und mit dem wir dann ja so ein etwas längliches bord ja womit wir unserem luftschiff über dieses längliche bord fliegen um dann verschiedene städte zu besuchen um dort ja quasi kämpfe zu zu machen um ja punkte zu holen und das ganze funktioniert mit so einem ja karten mechanismus und worker placement mechanismus also es gibt immer so zwei verschiedene phasen das eine ist eher so eine ja karten lastige phase bei der wir mal karten von unserem deck aufdecken und dann kriegen wir anhand der höchsten der höheren oder der niedrigeren karte entweder energie oder bewegungspunkte dann können wir uns irgendwie überlegen wo wir hinlaufen dort können wir dann ja kämpfe durchführen um ja boni zu erlangen und dann gibt es noch so eine worker placement phase in der wir irgendwie unsere drohne so oft so ein ja ein bestimmtes worker placement feld setzen das können dann aktionen sein wo wir karten bauen können wir können uns neue karten für unser deck holen die dann auch in so einem halb durchsichtigen sleeve sind also das so dass so ein bisschen verdeckt man sieht dann so quasi so eine stadt von oben und dies dann somit wo wolken verdeckt und dann kann soll man irgendwie erahnen welche ressource in welcher menge auf der karte vertreten ist um dann ja irgendwie eine präferenz zu haben manchmal hat man glück manchmal pech manchmal kriegt noch mal noch so bonussymbole auf jeden fall sehr cooler mechanismus der den ich so auch noch nicht gesehen habe in anderen spielen und insgesamt gibt es ja wie auch am anfang schon erwähnt gibt es so eine kleine mini kampagne die das spiel einfach immer ganz minimal ändert immer ganz viele oder ganz wenige karten neu hinzufügt und das coole an diesem ist dass man das einfach auch mit unterschiedlichen leuten spielen kann und selbst wenn man das spiel ja besitzt trotzdem die kampagne fortführen kann obwohl man nicht immer mit der gleichen gruppe spielt und eigentlich hat auch nie jemand da nachteil weil einfach diese kampagne einfach nur so ein bisschen mehr variabilität reinbringt und einfach das spielfeld noch ein bisschen verändern aber die story ist jetzt nicht so krass wichtig dass es einfach super von nachteil wäre oder irgendwie schlecht wäre wenn wenn da welche mitspielen die dann das erste mal mit spielen daher cloud age tolles tolles spiel vom niveau her vor allen dingen auch nicht ganz so nicht ganz so super knackig ist es ja ganz gut spielbar für sagen leichtes kennerspiel was ein bisschen locker flockig von der hand geht tolles game und deswegen bei mir platz acht auf der sieben ein deduktionsspiel tja und welches könnte das wohl sein da gibt es zwei möglichkeiten und ja es ist die suche nach planet x die suche nach planet x ja ist ein super geiles deduktionsspiel eines von den beiden ja eins von meinen beiden lieblings deduktions spielen und bei die suche nach planet x versuchen wir ja ein planet x zu finden wir möchten herausfinden wo sich dieser planet x in unserem ja in sektoren aufgeteiltes sonnen sternen system oder universum oder himmel oder wie wir es nennen möchten ja wo der wo der liegt und was auch angrenzend zu diesen beiden zu dem planet x ist das müssen wir auch noch herausfinden die beiden sektoren daneben und das ganze funktioniert mit einer ziemlich gut gemachten app bei der wir unsere aktion eingeben also wir geben dann entweder ein ja ich möchte einen bestimmten sektor erfragen was denn da ist oder ich möchte eine range von sektoren erfragen zu einem bestimmten objekt wie viele ist von diesen diesem objekt in den einzelnen sektoren gibt da gibt es noch weitere möglichkeiten und am ende trägt man ja alle informationen die man hat auf sein blatt ein und versucht dann als erster zu lösen beziehungsweise ist es zwar gut wenn man als erster löst aber man muss nicht unbedingt gewonnen haben wenn man als erster löst denn es gibt auf dem weg zur suche nach planet x immer solche konferenzen auf der wir dann ja so tipps abgeben können was für objekte sich in welchen sektoren denn schon befindet das heißt wenn man schon die andere sektoren herausgefunden hat kann man damit punkte sammeln und am ende gewinnt tatsächlich derjenige der die meisten punkte gesammelt hat natürlich bringt die suche oder das aufdecken von planet x wenn man das als erster macht auch noch mal eine ordentliche ein bad ordentlichen batzen punkte aber es ist nicht zwingend dann der sieg des spiels und deswegen ja finde ich das spiel halt einfach ich finde es halt so cool weil man wenn man auf dem weg schon irgendwie punkte erlangen kann und selbst wenn man dann den letzten zu nicht hat hat man halt trotzdem die chance zu gewinnen daher macht es auch schon während des spiels irgendwie sinn in bestimmte richtungen zu fragen um alleine deswegen schon irgendwelche punkte generieren zu können mega geiles game ich finde ich finde es clever gelöst ich finde die app ist gut also irgendwie ja es ist ein rundes ein rundes ding die suche nach planet x deswegen bei mir hier auf jeden fall in den top ten vertreten hier auf platz sieben auf platz sechs ein reines null bis zwei spieler spiel und jetzt wisst ihr bei null spielern schon das war das stichwort um welches spiel es sich handelt und zwar geht es um so you have been eaten so you have been eaten mit einem super witzigen setting der eine spielt so einen minenarbeiter der andere spielt ein monster und der minenarbeiter sammelt zufälligerweise in dem monster kristalle ab und das monster versucht den minenarbeiter zu verdauen und ja der minenarbeiter möchte natürlich irgendwie alle kristalle finden und hat dann das spiel gewonnen und das monster möchte den minenarbeiter verdauen und hat dann das spiel gewonnen natürlich noch andere möglichkeiten zu gewinnen aber das ist so ja der haupt haupt aufhänger des spiels und das eigentlich ziemlich cool weil das spiel hat ja eine relativ hat relativ kurze und knackige züge der minenarbeiter der hat so ein aktionstableau und kann dort wenn er mit seinen würfeln seine würfel auf verschiedene aktionen einsetzen und die auch noch verbessern und der ist das monster versucht den verdauungstrakt im verdauungstrakt ja eine bestimmte reihenfolge von karten zu legen damit die viren aus seinem verdauungstrakt oder die ja sind das wir und ich glaube es sind wir den minenarbeiter möglichst oft angreift um dann am ende den minenarbeiter ordentlich verdauen zu können und dann gibt es noch so spezialkarten die das monster irgendwie sich holen kann um den minenarbeiter noch mal zu schaden um den upgrades wegzunehmen um den kristalle wegzunehmen und der minenarbeiter hat aber noch so tools die er benutzen kann und es wirklich ein schönes hin und her mit sehr kurzen zügen macht wirklich spaß ich finde das thema vor allen dingen mega witzig und ja spielen wir sehr gerne und zwar so eines der zwei spieler highlights des ersten halbjahres 2022 auch ein brandneues game ja falls ihr da noch nichts von gehört habt dann wird es spätestens zeit sich das jetzt mal anzugucken deswegen ja so you've been eaten auf platz sechs auf platz fünf ein schwergewicht und da geht es zur großen mauer wir sind bei the great wall dieses mal und ja platz fünf für the great wall weil dieses spiel mich unfassbar begeistert hat besonders in drei und vier spieler spiel zum einen weil es einfach die thematik ist mega gut ich finde so dieses asiatische die große mauer da gab es auch mal so ein film the last samurai glaube ich war das weiß ich gar nicht ob aber so dieses asiatische das das catcht mich schon mal so mit samurai und und so das fand ich schon mal mega cool dann das zweite ist ja man wir kämpfen tatsächlich teilweise zusammen nämlich die große mauer wird halt von so gegnermassen überrannt oder die wollen die große mauer überrennen und wir müssen ja türme bauen wir müssen verteidigung bauen damit wir nicht ja alle zusammen das spiel verlieren und dann haben wir als dritten teil noch ziemlich coolen worker placement mechanismus bei dem so unterschiedliche worker placement felder gibt welche die erst auslösen wenn alle worker placement felder einer aktion voll sind und einem welche auslösen die einfach direkt auslösen wenn worker drauf gestellt werden ja dann gibt es noch so ein aktions auswahlmechanismus jeder hat so eine aktions gerade zu einer so ein set von aktionskarten muss sich immer entscheiden welche man spielt und dann hat man eine bestimmte anzahl von worker zur verfügung gibt den anderen aber gleichzeitig auch noch bestimmte anzahl von worker zur verfügung für die runde und so dann ist die reihenfolge super wichtig also mega krass komplex und sehr interaktiv also wirklich unfassbar interaktiv so dass ich sagen muss dass drei und vier spieler spielt da muss man ja schon auch ein bisschen eine dicke haut haben damit man bei der einen oder anderen aktion des gegners nicht ausflippt aber ja gerade das macht das spiel halt so aus und dann noch diese entscheidung ob ich ja jetzt helfe irgendwie in mauerabschnitt zu verteidigen oder ob ich vielleicht darüber rennen lasse weil ich da irgendwie einen einen archer oder so habe und das völlig okay ist für mich und und die anderen aber als wir das schaffen sollten viel mehr boni bekommen und 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 dann hat man noch eigene spezial abilities von seinen charakteren und 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 also hier so unfassbar viel kram drin die man erst mal durchblicken muss und ich musste es auch ein paar mal spielen bis es so richtig gezündet hat vor allen dingen ja die zweispielerspiel partie hat bei mir nicht so gezündet weil man dann immer noch so ein ja so ein ki gegner steuern muss das fand ich relativ anstrengend und dann kann man sich nicht so gut aufs eigene spiel konzentrieren aber bei drei und vier spielern alter falter ich sag euch so ein geiles game ja fand ich mega cool daher hier auf meiner fünf jetzt kommen wir langsam in die region wo es einigermaßen interessant wird und zwar ja wir sind kurz vorm treppchen kurz vor den top 3 und platz 4 quasi mit der hölzmedaille ausgezeichnet geht an ein spiel was letztes halbe jahr krass gehypt wurde das halbe jahr davor auch krass gehypt wurde also gut q4 20 21 und ja jeder der es irgendwie in die finger bekommen hat hat es eigentlich richtig gut gefunden es gab nur leider viel zu wenig leute die das spielen konnten weil es immer andauernd ausverkauft war so ich habe mir gedacht ja geiles spiel definitiv zu recht muss auf jeden fall in die top ten und muss auch einigermaßen hoch in die top ten aber für das treppchen hat es bei mir nicht gereicht aus den unterschiedlichsten gründen und zwar geht es um das spiel archenova archenova ja wir bauen ein zoo wir versuchen ein tierpark zu bauen wir versuchen tiere auszuwildern wir versuchen halt uns für naturschutzprojekte einzusetzen und ja so ähnlich überraschers of the gang es gibt es auch so zwei unterschiedliche leisten die so gegensätzlich laufen und sobald die sich getroffen haben oder ein spielermarker sich getroffen haben dann wird das spielende ausgelöst und das spiel ist grundsätzlich erst mal mega es gibt einen ziemlich coolen kartenmechanismus wie ich finde bei dem wir aktionskarten haben die immer einer bestimmten stärke sortiert sind und wenn wir eine aktionskarte benutzt haben dann rückt die von der stärke ganz weit nach vorne und wird halt sozusagen schwach finden so dass man wenn man aktionen mehrfach hintereinander machen möchte die dann ja eher schwach sind zum anderen haben wir tonnen von karten also eigentlich eine vielzahl von karten die einfach immer wieder abwechslung bringen was zum einen für mich ja ein positiver punkt ist was zum anderen aber auch ein negativer punkt ist weil teilweise ist dann doch recht lucky ist oder man teilweise sehr viel pech haben kann was so seine eigene strategie und ja die karten angeht das heißt man muss eigentlich immer mit dem arbeiten was einem das board gibt auch wenn es viele möglichkeiten gibt wirklich schnell auch durch den stapel zu kommen und viele karten zu ziehen das muss man auch dazu sagen das sollte man dann auf jeden fall dann auch ausnutzen und dann ja der einzige kritikpunkt die ich dann noch so habe oder gehabt habe auch ich habe da auch nur ein review zu gemacht würde ich euch vielleicht noch mal hier verlinken etwas detaillierteres ich finde dieses diese art und artenschutz projekte oder ist diese artenschutz bei dem spiel tatsächlich nicht so krass durchkommt wie er durchkommen könnte oder wie er durchkommen sollte da wir beim thema zoo ja das immer so das gibt halt immer zwei seiten der medaille und da finde ich hätte man vielleicht ein bisschen weniger noch ja was ich auch nicht oder hätte mir ein bisschen bisschen mehr noch auf dieses artenschutz ding irgendwie was machen können ich finde es kommt nicht so gut durch aber nichtsdestotrotz ist ein mega spiel mit einem klasse karten mechanismus mit ja sehr guten mit einer sehr guten anleitung die man tatsächlich auch braucht weil die regeln doch teilweise ein bisschen fitzelig sind aber ja mega geiles game daher ja mein platz vier mit der holzmedaille archenova so kommen wir aufs treppchen und die nummer drei der platz drei geht an ein kennerspiel und zwar dune imperium deswegen weil durch die erweiterung die jetzt im letzten diesen oder in diesem halbjahr oder im letzten halbjahr herausgekommen ist das spiel bei mir einfach noch mal auf eine nächste ebene gehoben wurde was was so den spiel wie spiel wieder wieder spielreiz was so ja irgendwie ja die lust an dem spiel und auch der spaß an dem spiel angeht ich hatte das gefühl dune imperium ohne die erweiterung ja war gut wäre sicherlich auch in die top ten gekommen aber nicht ganz so weit hoch weil weil das spiel bei mir immer so ein bisschen einseitig rüber kam und ich finde jetzt durch die erweiterung hat es einfach krass krass gewonnen also die erweiterung da gibt es noch so ein neues tableau es gibt neue möglichkeiten ja bestimmte arten von oder bis seinen worker einzusetzen für bestimmte arten von symbole und es gibt noch mal eine neue kampfeinheit die einfach auch in diesem kampf noch ein neues taktisches element hinzufügt außerdem gibt es natürlich noch neue karten und die sind sowieso mega finde ich und dune imperium bringt halt also ich hätte mir gewünscht dass es auch tatsächlich zum kennerspiel des jahres nominiert worden wäre auch auch wenn es ohne erweiterung nicht nicht ganz so gut ist wie jetzt mit erweiterung und also das setting mega dune ist halt mega ich finde diese geschichte um dune und den wüstenplanet finde ich einfach super interessant ich habe die hörbücher gehört fand es war so gefesselt ich fand den film den ersten jetzt auch relativ gut die alten film okay aber man braucht tatsächlich bei dem spiel nicht fan von dune zu sein weil das hätte ihn einfach so schon so es wird so gut transportiert dass es einem egal ist ob man das nun kennt oder nicht es ist einfach so richtig cooles sci-fi spiel was auch ohne ohne dieses franchise dune oder ohne diese lizenz dune richtig gut funktionieren würde dann ist es eine richtig geile mischung zwischen worker placement und interaktivität wir haben wir setzen zwar um aktionen zu machen und ja wir schnappen uns dann ab und zu aktionsfelder weg aber es geht halt auch darum bei den einzelnen häusern die nase vorn zu haben es geht darum ein punkterennen zu machen wer die am er als erstes die meisten siegpunkte hat um das spiel aus ende auszulösen es geht darum auf dem schlachtfeld die überhand zu halten um diese konfliktkarten zu gewinnen also da gibt es so viel interaktion und dann gibt es noch ja es gibt noch die charaktere variable player powers die einfach das spiel auch noch mal eine bestimmte richtung lenken vereinen und so ist es einfach so rundum rundum unfassbar gut ich finde die karten sieht einfach geil aus auch noch also unfassbar gutes spiel deswegen ja definitiv eins der der riesigen highlights des jahres davor und auch jetzt noch des ersten quartals 2022 besonders durch die erweiterung die das ganze wie gesagt auf die neue ebene gehoben haben platz 2 ist tatsächlich und das hätte ich nicht gedacht als ich ja hier diese liste irgendwie als ich darüber nachgedacht habe okay welche spiele könnte ich in die liste nehmen und jetzt zurückblicken muss ich sagen ja krass hätte ich nicht gedacht aber es ist top verdient auf der zwei und zwar ist scout auf der zwei ein kleines kartenspiel hat hier den platz zwei abgeräumt weil es ja grandios ist weil es kurzweilig ist weil es einen cleveren mechanismus hat weil es irgendwie auch ganz nett aussieht weil es eine coole packungsgröße hat die man überall mit hinnehmen kann weil es so schnell und einfach erklärt ist weil man bei jeder partie unfassbar spiel spaß hat und wenn man mal nicht gewonnen hat oder wenn man wenn es nicht so gut lief dann spielt man halt die nächste partie hinterher was man klasse hausruhen kann auch wenn man vielleicht wenn man sagt ja ich will jetzt keine riesen lange partie spielen lass einfach nur zwei runden zocken und dann funktioniert das genauso und es ist genauso gut und ja mega cooles kartenspiel auch wieder schade dass es nicht den spiel des jahres preis gewonnen hat auch wenn ich es natürlich dem anderen gewinner cascade ja auch gönne ja finde ich doch das scout hier als kleines kartenspiel irgendwie so hervorsticht vor allen anderen kartenspielen die ich auch jetzt im letzten halben jahr gespielt habe ihr wisst auch wenn ihr die anderen folgen auch gesehen hat habt so viele kleine kartenspiele waren jetzt nicht auf meiner liste aber scout hat mich komplett umgehauen hat mich komplett gecatcht und ja deswegen hier auf der zwei für so ein kleines kartenspiel was so viel richtig macht mit so wenig material und so wenig regeln gut ab und daher auf der zwei scout so und dann kommen wir zu dem sieger des ganzen und es gibt das war relativ schnell für mich klar in dem letzten halben jahr kein spiel was mich so lange ja bei der stange gehalten hat was was bei mir einfach so hohen widerspiel reiz entwickelt hat oder irgendwie hervorgeholt hat in mir wie libertalia libertalia hat mich super gehuckt ich fand es mega cool es hat richtig viel spaß gemacht libertalia das ist das also wir wir spielen so ja luft piraten und wollen schätze sammeln wir gehen auf reisen und wir haben ein deck von karten und jeder kriegt eine bestimmte anzahl von karten jeder kriegt auch die gleichen karten und dann haben wir so ein ja so ein klein social deduction aspekt mit drin denn ja wir müssen unsere karten spielen erstmal verdeckt und dann werden die alle aufgedeckt dann werden die sortiert je nach höhe und dann werden die nacheinander einmal hin und einmal zurück mit ihren verschiedenen fähigkeiten abgehandelt und dann kann man schätze sammeln und ja es ist einfach so cool weil weil es jedes spiel irgendwie einen anderen drive hat also jedes spiel ist irgendwie komplett unterschiedlich aber dem einen spiel hat man dann ja mal ein paar karten im deck die stark interaktiv sind bei dem anderen geht es eher darum die karten in einer möglichst schlauen reihenfolge zu spielen so dass die einem die gegner irgendwie nicht dazwischen funken dann gibt es wieder ein spiel wo man wo man irgendwie karten hat die man wieder irgendwie zurück wieder vom friedhof holen kann um dann die karten irgendwie doppelt spielen zu können und dann gibt es einfach auch spiele tatsächlich bei denen ja karten dabei sind die nicht so gut miteinander funktionieren und alle so ein bisschen da stehen so okay das macht jetzt irgendwie nicht so sinn und niemand weiß so wirklich was das spielen soll weil irgendwie ist keine richtig coole alternative gibt aber gerade das dass diese spiele so krass unterschiedlich sein können gefällt mir bei dem spiel einfach so extremst gut zusätzlich hat sagt einfach schön das material sieht cool aus es hat einfach regeln es hat eine extremst coole spiel länge die einfach auch bei sehr vielen leuten die mitspielen völlig in ordnung ist und ja überhaupt nicht zu lang ist daher ist libertalia bei mir sobald ich vier leute irgendwie zusammenkriege im moment wahl nummer eins als spiel wenn wir ja was spielen wollen was nicht den ganzen abend geht was aber auch ein bisschen länger als ein filler ist kann ich euch ja wie gesagt libertalia einfach nur empfehlen deswegen mein platz eins das waren meine top 30 das war das letzte video von meinen top 30 im ersten halbjahr 2022 natürlich mal hätte ich das ganze auch wieder am ende des zweiten halbjahres 2022 machen dann werdet ihr wahrscheinlich das ein die ein oder andere essen neuheit sehen ja da wird es relativ viel geben was dann in die in die neue top 30 kommt wahrscheinlich aber ich werde auch immer wieder alte spiele mit in diese listen nehmen weil ich auch die alten spiele immer wieder gerne spiele und ich tatsächlich auch beibehalten möchte dass es hier um die spiele geht die ich gespielt habe und nicht einfach nur um irgendeinen jahrgang hervorzuheben und ich freue mich natürlich wenn euch das video gefallen hat ich freue mich natürlich auch wenn ihr ein kommentar lasst und gerne mal erzählt welche spiele ihr denn in den top 30 gesehen hättet bei welchen spielen habt ihr euch gewundert dass diese in meinen top 30 vorgekommen sind und bei welchen welche spiele vermisst ihr tatsächlich auch vielleicht habe ich sie nicht gespielt vielleicht fand ich sie aber auch einfach nicht gut genug um sie in die top 30 zu nehmen das werde ich euch sicherlich dann auch beantworten können und ansonsten wenn euch das video gefallen hat wenn ich euch ein bisschen ja freude bereiten konnte mit den spielen die ich hier kurz vorgestellt habe dann freue ich mich natürlich wenn ihr mir einen daumen hoch fürs video gebt und wenn ihr ein abo da lasst so könnt ihr mich kostenlos unterstützen und ja würde ich sagen es ist eine win-win-situation und ja wenn ihr jetzt noch zeit habt schaut doch gerne noch ein weiteres video ich habe hier zum beispiel ein video von der spiel des jahres preisverleihung von der ich hier kurz berichte und hier oben noch ein video was der youtube algorithmus euch vorschlägt das ist sicherlich auch ganz interessant für euch und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video es würde mich freuen und dann sehen wir uns bis bald ciao ciao